Herzlich willkommen zum Rückrundenauftakt. Heute zuerst unser erstes Heimspiel der zweiten Halbserie gegen den TSV Winsbach. Für unsere Gäste ist es der erste Auftritt im neuen Jahr. Vielleicht habt ihr es in der Zeitung oder im Internet gelesen. Wir hatten ja bereits zwei Spiele und neben einer ganz hohen Klatsche in Hohstein haben wir das Spiel gegen Jena mit 6 zu 2 gewonnen und konnten dadurch kurzfristig die Abstiegsplätze verlassen und sind jetzt aktuell punktgleich mit unserem Gegner.